Mach bitte Merse. Okay, Kritzel-Challenge Teil 2. Diesmal benutzen wir besseres Papier. Diesmal kritzelt mein kleiner Bruder und ich muss was daraus zaubern. Du musst da was draufkritzeln. Ich hab halt Angst. Mach noch was, irgendwie ein bisschen klein. Alles klar. Sind Sie zufrieden damit? Ja. Ich hab irgendwie eine Vorstellung, aber besser. Skizziere mal erstmal irgendwas. Ich denke, wir können einen Menschen draus machen. Es wäre keine Zeichnung von mir, wenn da kein Eyeliner wäre. Wieso gibt es mit Loki Ariana Grande Vibes? Hier oben auch noch eine Strähne. Aus diesen Kreisen machen wir Blumen. Irgendwie so. Egal, ich fang jetzt einfach an. Okay, ich mal jetzt das Ganze aus. Wir sehen uns gleich. Tada. Das ist das fertige Ergebnis. Ich find's ganz nice. Wieder was ganz Kreatives und Komisches. Kommentiert mit Kreativität ist hot. Ach, egal.